An einem schönen Morgen gingen die fünf Freunde picknicken. Wer hat etwas dabei? Ich habe Obst und Gemüse dabei. Seht mal, dort ist eine dunkle Höhle. Kommt, lasst uns dort hineinlaufen. Am Ende der Höhle sahen sie ein Licht. Schaut mal, da ist ein Fluss mit Wasserfall. Wollen wir schwimmen gehen? Ja, gerne. Auf einmal witterte Keks eine Spur und schwamm in den Wasserfall. Kommt, lasst uns Keks folgen. Seht mal, da sind bunte Kristalle. Die fünf Freunde sammeln die Kristalle ein. Es ist spät, wir müssen gehen. Dann gingen die vier Freunde und Keks nach Hause. Oder in der Keks nach Hause. Wann probt.